b4 das ist das ist ziemlich gut gegen b4 glaube ich f4 ist das denn jetzt aber die f-linie geöffnet vielleicht dass irgend so ein komischer komisches gambelt einer die f-linie zu eröffnen ist schon sinnvoll gar keine frage deswegen ja das ist nicht ganz so sinnvoll da ist eine puppe weg ja sicher ja sicher was hat er jetzt für die dame nicht besonders viel ein bisschen hat er was ein bisschen hat er was ist nicht ganz so trivial ja ich bringe mal den läufer zurück hier zum verteidigen sonst nervt das er hat zwei springer für die dame viel zu wenig ne moment mal was ist das für ein quatsch verhältnis hier ich habe turm turm läufer läufer turm und dame gegen drei leichtfiguren so ich musste jetzt ihren genauen finden ja dann eine kleine initiative wahrscheinlich ist am besten der turm d5 die ausspielen können aber sie und dann e3 nehmen ich will auf c4 nehmen ach er kann gar nicht nach e6 rein button blödsinn und läufer f6 ist quatsch den könig g7 er muss springer f3 spiel nämlich auf c4 raus und feierabend jetzt hängt der springer der hängt jetzt hängt alles ja das ist natürlich jetzt unnötig also jetzt spätestens kann aufgeben es wird ja noch eine figur der springer kommt nicht mehr raus ist eine arena kollege sparen uns zeit was soll endet damit ging springer ja sicher und ich überlege auch noch absurde gehen wir noch nicht am sack kommt springer d4 laufer c5 ja süß ja So eine Zeitverschwendung So eine Zeitverschwendung